Im Katalog der UBL finden wir an einigen Stellen beim Online-Zugriff den Hinweis Fernzugriff für registrierte ZBmed NutzerInnen. Dahinter verbergen sich die Lizenzen von ZBmed, dem Informationszentrum Lebenswissenschaften. Dort können wir uns einfach digital einen nutzenden Ausweis erstellen lassen. Auf der Startseite von ZBmed finden wir eMedien deutschlandweit kostenfrei, Fernzugriff und Open Access und klicken darauf. Anschließend wählen wir Fernzugriff. Dort finden wir alle weiteren Informationen, den ausgefüllten Antrag und den gescannten Personalausweis schicken wir an ZBmed und erhalten eine nutzende Nummer und Passwort für das Login. Wenn wir nun auf ZBmed Ressourcen im Katalog der UBL stoßen, klicken wir auf den Link, loggen uns in unser Konto ein und können auf die E-Books und Journals zugreifen. Untertitelung des ZBmeds